Die Entdeckung des Noble Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Beheri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten. Das Noble Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklapp. Die Landezone wurde vom Uhlen ins Meer. Die Rüchter-Fehlung ist selber gestuft. Die Zinsung wartet noch auf uns. Verstanden. Prisiere die Pylone an. Die Zinsung in drei, zwei... Achtung! Haltet euch wieder fest! Haltet euch wieder fest! Oh, die kann nicht fahren! Nex. Statusbericht! Pylonen erledigt! Gehen den Hügel hoch! Hualla, was nen... Was ist dat der für der Waffe? Ich werde beschaffen! Ach, okay! Ja, äh Scheiße, ey Warthog wäre mal was gewesen, jetzt hier Boah, da sind die overpowered da, die Typen Hallo Alter, ach, so ein Geschütz ist das Achtung, Kat Der MND hat zweifeindliche Flaks südwestlich deiner Position ausgemacht Verstattung, Commander, neue Ziele 6, schalte die Flaks aus Flaks Übernimm den Warthog, 6 Tchööö Tchööö Sechs, die Flaks sollte in Sicht Ja klar, ey Die Kanonen schießen Hochdruckplasmagranaten auf uns Ein Schlag der Fregatte Grafton kommt daher auch nicht in Frage Nobel 6, keiner unserer Fläger kommt dran, wenn du nichts gegen die Kanonen tust Attacca Huah Buah jewP Boah, was denn los, ey? Davon hab ich noch mehr. Ich weiß, was auch passieren. So fast. Sind die doch noch Raves da oder was? Ich höre das doch schon. Revenant im Anschluss. Links ist ja einer. Du bist auch taub, ne? Ja, ein bisschen. Wollt ihr denn drauf? Die Hetzel hängt ja wieder. Du ignorierst den ja einfach, ey. Was denn? Musst den abknallen da, den Affe. Habt den gar nie gesehen. Ja, lass den voll aus, den Freak, alter. Voll der Autoscooter, der Typ. Das ist dafür, dass ihr so scheiß hässlich seid. Wie schalten wir die Kanone denn aus? Müssen wir einfach draufschießen. Neue Info 6. Normale Waffenarten, keinen Effekt auf die Flax. Sie sollten die inneren Brennstruktzellen neutralisieren, Lieutenant. Ich glaube, du musst da reinschießen. Meine Fresse. Du siehst den Typ aber auch wieder nicht, ne? Boah, dieser Granatwerfer ist so fliechend. Boah, der Typ regt mir auf. Komm. Goldener Haufen Scheiße, du. Boah. Ach, jetzt fährt die schon wieder. Was machst du da? So, viel Spaß damit. Da konnten wir gar nicht treffen da drin. Da ist in einer Schutzschild gewesen. Zentrale 2 Lima 4. Erlaubnis Bombardement zu starten. Kurs auf 224,6. Over. WTF, Alter? Da kommt einfach mal so'n Schlachtschiff. Sehr gut, 6. UNSC Luftunterstützung. Der Luftraum ist frei. Alter! Das kann ich auch, du Penner. Hey. Ja. Hahaha. Was ist dein Teil, ey? Sieht aus. Haja. Wof, schießt der denn da hinten? Ah Gott, da los ist. Haja. Ich will auch da hin. Sieht nach Spaß aus. Haja. Die gute Frage. Wo muss ich überhaupt jetzt wieder hin? Müssen wir nicht sogar da runter? Meine Fresse. Macht ihr wieder den ultimativen Breakdance? Boah. Immer diese Orientierung hier bei diesem Spiel. Stimmt, hier links, oder? Oha. Wir müssen da über die Brücke kommen, irgendwie. Ach, guck mal, die bringen uns ne Brücke. Oh. Schnell weg da. Hä? Die pissern die ab. Oh, der hat ein Dead gesessen. Ja. Da. Du musst ja den nicht langsamer abschützen. Ja. Hä, hä, hä. Ha, hä, hä. Ouh. Boing. Hä, hä. Hä, hä. Häng ich den hier? Das hier wird bes... Keine Mut... Oh, ah, da liegen hier die Packer Hä? Häng ich... In deiner Nähe ist eine Bergbauanlage, die die Allianz als Kommandostation nutzt Die Soldaten dort haben bereits angegriffen Pass auf, da sind noch welche von uns Neue Information Verbündete nahe der Allianz Station haben ein hochrangiges Ziel gesichtet Eine Celoten Augen aufs Ziel, Noble Erledige den Celoten, falls es sich ergibt Weiter zu den Kuppeln Falls es sich ergibt? Wo rennt die Alte da schon wieder hin? Wo ist der denn? Hier könnte ich auch mit Wartok hochfahren, aber locker Oh, hier ist Scheiße Oh, hier ist Scheiße Bring den Kampf in die Territorium Woaa Upsala Ouuupsela Heheheeheh Eheh 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 Hehh Die ist ein bisschen behindert, glaube ich, ja. Was ist denn da? Ist hier nicht ne andere Waffe noch, dieser Teil hier ist zu kotzen. Ich sehe nicht so'n abgekackten Wrave da hinten. Sechstionswechsel. Steh unter Beschuldigung. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Irgendwie funktioniert das mit dem Kopfschuss nicht, naja. Hey, der hätte doch explodieren müssen. Hochrangiges Ziel neutralisiert. Vereindruckt gut sechs. Ach, halt die Schnauze. Wo bin ich denn jetzt hingelegt? Oh, geil! Steht nur ein Ghost. Was will die halt? Ein bisschen Ghost da neben mir so, Wayne. Mmh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Tsch. Hahahahaha. Oh, wie das Ding abgeht, ey. heut gibt es schakal schasch ah da ist so dieser piss-rave mini-revenant mini-rave gegen großen der grunt erstmal dabei platt Ich weiß gar nicht, wo der ihn will. Boah, da ist ja noch einer. Alles voll. Komm schon, gib auf, du Schwein. So. So. Hmm. Woa. Leute, was war das denn? Wow, Jäger. Ja die kommen ja immer zu zweit wie Penner, Alter! Ja die sind ja echt der Knaller, ich wollte schon sagen, was ist der denn hier die ganze Zeit? So Jäger, komm her! So ich würde sagen, das Ding ist platt. Oh da kommt noch Stärken, da kommt noch mehr! Danke! Oh! George ist mit einem Falken auf dem Weg, Lieutenant! Markiere jetzt die Landezone! Commander, baue hier einen Beobachtungsposten auf! Verstanden! Wacht auf neue Infos! Schöne, dort arme Fahrzeugs! Willst du mit sparten? Ist der jetzt einfach los geflogen? Die steht da unten noch! Rufe unterwegs, zieh raus! Oh wie seht der herläuft, oh! Oh ja! Schöne Waffe hier! Vielleicht solltest du von jetzt an vorgehen! Ich rasiere euch, ihr Schweine! Geil, ey! Beste Mission hier! Beste Mission hier! He! Oh, Rave! Oh, 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 oh! Der hat uns zufrieden! Oh, wo ist der Rave? Der ist schon kaputt auf meiner Seite gerade! Boah! Oh, oh, oh! Richtig, du, ey! Ich geh kaputt, ey! Da ist die Koppel! Verstanden! Der wollte wegreden, hab ihn getroffen! Der ist geflogen, ey! So, jetzt hören Sie! Elektro-hypienische Schild! Ist der weh, dann flieg doch nicht dahin! Da kommst du nicht rein! Verstanden, Sir! Es geht los! Wuh? Richtige Intelligenz-Bestie, ey! Hm! Die Crew ist tot! Weg hier! Ich fliege! Empfange überall Feindsignale! Wir messen Luft! Kommander, haben die Kuppel im Visier! Siehen wie ein Stützpunkt aus! Verstanden! Haben ein Bild! Dort arbeitet dran! Einen Moment! Ääh! Ja! 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 Kleine Musik! Ja! 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 ksack, ja! Ja! Ich stehe unter den Schuss! Mein Gott, du behinderter Chuck! Was ist denn los? Hä? Der hat den Grunt abgeschossen und das grüne Zeug ist ja dann explodiert. Sie ist so weit geflogen, der hat den anderen voll getroffen. Und dann hat der Grunt richtig weggekickt, ey. Von dem Body Slam. Entweder hat da einer so ne komische Waffe oder da ist ein Rave. Der ist ja in der Luft, ey. Der MND hält die Kuppel für Teleportationskuppe. Teleporter? Wohin denn? Die Grafton ist bereit, die Kuppe zu zerstören. Aber erst muss der Schild abgeschaltet sein. Verstanden. 6, ich halte diese Schweine auf. Schaff es irgendwie auf die Kuppe. Ich guck mal. Ich denke, wir durchgerusht kommen. Ach, du Heilige. Noble 1, 6 ist unterwegs nach oben. Greiner und Schild ausschalten, Lieutenant. Hallo! Kommen mit einem Falcon. Wir holen euch, wenn ihr dem Schild in Saft genommen habt. Ich bin so weit, 6. Schnell, Lieutenant. Eine Fregatte wird die Kuppel sprengen, sobald der Schild aus ist. Aber wo ist der Wichser? Nein, mein Scheiß! Schwert! Heilige Kacke, ey. Die machen mich hier rund. Ich will das Schwert von dem ein. So, jetzt gibts auf die Fresse. Hier bin ich. Hier bin ich. Arschloch. Hahaha. Ich kann das nicht aktivieren, was ist denn los? Hä? Hä? Ich kann das nicht aktivieren, was soll das denn? Lieutenant, Schild ausschalten und verschwinden! Ja, wenns noch gehen würde. Jetzt geht das. Ein Grunt da, ey. Ich greife an! Ich greife an! Hol uns hier raus! Zentrale! Noble 1 hier! Kuppel 1 okay! Ihr könnt angreifen! Schönen Tag noch! Verstanden, Noble 1! An alle Bodeneinheiten! Fregatte 318 kommt! Und MAB-Projektile wurden autorisiert! Mapp-Punition! Bitte Atmosphäre! So bekommt man auch Aufmerksamkeit! Gut festhalten, Leute! Bitte! Ihr habt Kontakt! Eisen�harrier! Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! O NSD-Fregatte Kräften! Hören Sie mich! Die Kräften ist stauf. Wir müssen hier weg. Schnell! Untertitelung des ZDF, 2020